So, auf geht's! Also Leute, morgen um 14 Uhr geht's los, ja? 14 Uhr bis 16 Uhr das neue Nachmittagsprogramm, schrumm live, live, ich schau mir Videos an, alles, was das morgen so neu gibt, alles, was ihr mir so schickt, schickt mir Links, Videos, was ich mir reinziehen soll und dann hate ich darüber ein bisschen oder sag was schönes, was nettes, was auch immer, ja, das wird sich dann zeigen. Von daher, schalt ein, morgen um 14 Uhr, Montag, sei live dabei, wenn's wieder heißt, ne? Schwum live, live. Schwum live, live. Liebste Grüße an alle Fans, 13 schon.